So wird die Zukunft aussehen. Es werde Licht. Wir haben genug Platz für alle. Das ist nicht nur ein Ort, an den die Leute rein und raus gehen. Mit WeWork wollen wir versuchen, das Bewusstsein der Welt zu schärfen. WeWork ist nicht nur eine Firma. Es ist eine Bewegung. Wir haben einen Traum. Adam wird ihn ergründen. Es ist magisch und du bist magisch. Ich sag WeWork, ihr sagt WeWork. 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 Alles, was du hast, bin ich. Du bist aber nicht Gott, das weißt du. Du musst zugeben, ich sehe ihm schon etwas ähnlich. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020